Herzlich willkommen bei Top Trends. Bist du es leid, stundenlang die Fenster zu putzen und dabei wertvolle Zeit zu verlieren? Dann haben wir genau das Richtige für dich. In unserem heutigen Video stellen wir dir die 5 besten Fensterputzroboter vor, die dein Leben einfacher und deine Fenster streifenfrei sauber machen. Egal ob du große Glasflächen hast, schwer zugängliche Fenster oder einfach nur nach einer effizienten Lösung für die Fensterreinigung suchst, wir haben die Top-Modelle für dich herausgesucht und verglichen. Von innovativen Features über Benutzerfreundlichkeit bis hin zur Preisleistung, wir decken alles ab, damit du die perfekte Wahl für dein Zuhause treffen kannst. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um keine unserer Videos mehr zu verpassen. Starten wir mit Platz Nummer 5, dem F-Mart T10. Der F-Mart T10 besticht auf den ersten Blick durch sein ultradünnes Design. Mit einer Höhe von lediglich 7,5 cm ist er aktuell einer der dünnsten Fensterreinigungsroboter auf dem Markt. Dieses schlanke Design ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional. Dadurch kann der Roboter problemlos auch in enge Zwischenräume gelangen und vermeidet Probleme wie Stürze oder unzureichende Haftung, die bei dickeren Modellen auftreten könnten. Die Verarbeitungsqualität des F-Mart T10 ist solide. Das Gehäuse wirkt robust und langlebig, was gerade bei einem Gerät, das an glatten, teilweise auch senkrechten Oberflächen arbeitet, von großer Bedeutung ist. Die Materialien sind hochwertig und es gibt keine Anzeichen von billiger Verarbeitung oder potenziellen Schwachstellen. Insgesamt vermittelt der F-Mart T10 den Eindruck eines gut durchdachten und stabilen Produkts, das auch auf lange Sicht zuverlässig funktionieren sollte. Ein entscheidender Faktor bei der Bewertung eines Fensterputzroboters ist natürlich seine Reinigungsleistung. Der F-Mart T10 setzt hier auf ein intelligentes Zwei-Wege-Sprühsystem, das eine präzise und effiziente Reinigung ermöglicht. Durch die beiden Düsen werden die Tücher kontinuierlich mit Reinigungswasser versorgt, was besonders in trockenen Umgebungen von Vorteil ist. Dieses System verhindert auch, dass Wassertropfen bei windigem Wetter im Freien verstreut werden, was zu einem gleichmäßigen und gründlichen Reinigungsergebnis führt. Der Roboter ist in der Lage, eine Fläche von bis zu 60 Quadratmetern mit einer einzigen Tankfüllung zu reinigen, dank seines großen 120 Milliliter Wassertanks. Das bedeutet, dass du nicht ständig den Wassertank nachfüllen musst, was die Effizienz erheblich steigert. Durch die intelligent geplanten Reinigungsrouten lässt der F-Mart T10 keine Stelle aus und entfernt auch hartnäckigen Schmutz zuverlässig. In unabhängigen Tests und Kundenbewertungen zeigt sich, dass der F-Mart T10 besonders bei der Reinigung von größeren Glasflächen, wie zum Beispiel Fensterfronten oder Glastüren, hervorragende Ergebnisse erzielt. Auch Spiegel und andere glatte Oberflächen werden effektiv gereinigt. Ein kleiner Nachteil ist jedoch, dass der Roboter bei sehr stark verschmutzten Fenstern mehrere Durchgänge benötigt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Das ist jedoch bei den meisten Fensterputzrobotern der Fall und sollte nicht als großes Manko betrachtet werden. Die Bedienung des F-Mart T10 ist denkbar einfach und intuitiv. Der Roboter wird mit einer 2,4 GHz Fernbedienung geliefert, mit der du den Roboter bequem aus der Ferne steuern kannst. Zusätzlich gibt es eine App, die in 10 verschiedenen Sprachen verfügbar ist, darunter auch Deutsch. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Steuerung an verschiedene Nutzungssituationen anzupassen. Egal ob du den Roboter direkt am Fenster oder bequem vom Sofa aus bedienen möchtest, die verschiedenen Steuerungsoptionen bieten maximale Flexibilität. Die Sprachansagen des Roboters sind ein zusätzliches Feature, das die Bedienung noch komfortabler macht. So wirst du immer über den aktuellen Status des Roboters informiert, was besonders praktisch ist, wenn du mehrere Fenster gleichzeitig reinigen lässt und nicht ständig ein Auge auf den Roboter haben möchtest. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Nutzung eines Fensterreinigungsroboters ist die Sicherheit. Schließlich soll der Roboter sicher an der Glasoberfläche haften bleiben und keine Schäden verursachen, falls es zu einem unerwarteten Stromausfall kommt. Der F-Mark T10 punktet hier mit einem dreifachen Sicherheitssystem, das alle wichtigen Aspekte abdeckt. Zunächst einmal sorgt die starke vertikale Saugkraft von bis zu 3800 Pa dafür, dass der Roboter fest an der Glasoberfläche haftet und stabil bleibt. Diese Saugkraft ist beeindruckend und stellt sicher, dass der Roboter auch bei schwierigen Bedingungen wie sehr glatten oder leicht geneigten Oberflächen nicht abrutscht. Falls es zu einem Stromausfall kommt, greift die integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung. Dadurch kann der Roboter noch bis zu 20 Minuten weiterarbeiten, sodass er sicher zum Ausgangspunkt zurückkehren kann. Sollte dies nicht ausreichen, kommt das mitgelieferte 5 Meter lange Sicherheitsseil ins Spiel. Dieses Seil hat eine hohe Belastbarkeit und schützt den Roboter vor dem Absturz. Dieses dreifache Sicherheitssystem gibt dir die nötige Ruhe und das Vertrauen, den Roboter auch an schwer zugänglichen oder hochgelegenen Fenstern arbeiten zu lassen. Wie bei jedem technischen Gerät ist auch beim F-Mark T10 eine regelmäßige Wartung und Pflege erforderlich, um die Lebensdauer zu maximieren und optimale Reinigungsergebnisse zu gewährleisten. Die Wartung des F-Mark T10 ist jedoch relativ einfach und unkompliziert. Die Tücher können nach jedem Gebrauch leicht abgenommen und gereinigt werden. Es wird empfohlen, die Tücher regelmäßig auszutauschen, um die Reinigungsleistung auf einem hohen Niveau zu halten. Der große Vorteil des F-Mark T10 liegt in der Tatsache, dass er mit 10 Tüchern geliefert wird, sodass du für eine Weile keine zusätzlichen Tücher kaufen musst. Der Wassertank sollte ebenfalls regelmäßig überprüft und gereinigt werden, um Verstopfungen oder andere Probleme zu vermeiden. Das Befüllen des Tanks ist einfach und schnell erledigt und da der Tank eine großzügige Kapazität von 120 ml hat, muss dies nicht allzu häufig durchgeführt werden. Beim Kauf eines Fensterputzroboters spielt das Preis-Leistungsverhältnis eine entscheidende Rolle. Der F-Mark T10 bewegt sich im mittleren Preissegment, bietet jedoch eine Vielzahl von Funktionen, die man sonst nur bei teuren Modellen findet. Die Kombination aus intelligenter Navigation, einem leistungsstarken Sprühsystem und einem umfassenden Sicherheitssystem macht den F-Mark T10 zu einer lohnenswerten Investition. Insbesondere, wenn du häufig größere Glasflächen reinigen musst. Vergleicht man den F-Mark T10 mit anderen Modellen in seiner Preisklasse, so sticht er durch seine überlegene Technologie und die benutzerfreundlichen Features heraus. Kundenbewertungen und unabhängige Tests bestätigen, dass der F-Mark T10 ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bietet und eine kostengünstige Alternative zu teureren Premium-Modellen darstellt. Der F-Mark T10 Fensterreinigungsroboter überzeugt durch ein gelungenes Gesamtpaket aus innovativer Technik, einfacher Handhabung und hoher Sicherheit. Sein ultradünnes Design ermöglicht den Einsatz auch in schwierigen Bereichen, während das leistungsstarke Sprühsystem für gründliche Reinigungsergebnisse sorgt. Die einfache Bedienung per Fernbedienung oder App sowie das durchdachte Sicherheitssystem machen den F-Mark T10 zu einem der besten Fensterputzroboter in seiner Preisklasse. Obwohl der Roboter bei stark verschmutzten Fenstern möglicherweise mehrere Durchgänge benötigt, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, sind dies keine gravierenden Mängel. Vielmehr zeigt sich der F-Mark T10 als zuverlässiger Helfer, der das mühsame Fensterputzen deutlich erleichtert und dir mehr Zeit für andere Dinge verschafft. Insgesamt ist der F-Mark T10 eine klare Empfehlung für alle, die regelmäßig Fenster und andere glatte Oberflächen reinigen müssen und dabei Wert auf Effizienz, Sicherheit und einfache Handhabung legen. Mit diesem Fensterputzroboter erhältst du ein hochwertiges Produkt, das hält, was es verspricht. Bei Amazon erreicht der F-Mark T10 Fensterreinigungsroboter eine Kundenzufriedenheit von 3,8 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 900 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 260 Euro. Auf Platz Nummer 4 haben wir den Alphabot X7. Der Alphabot X7 ist kompakt und leicht, was die Handhabung und Aufbewahrung erleichtert. Mit einem Gewicht von nur 0,9 kg und den Maßen von 29 x 14,2 x 8,6 cm passt er in jedes Haushaltssortiment. Das Design des Roboters ist funktional und robust, wodurch er auch langfristig zuverlässig arbeiten sollte. Durch die Bauweise des Geräts kannst du es leicht transportieren und die angebrachte Sicherheitsschnur von 5 Metern Länge sorgt dafür, dass er bei der Reinigung von hochgelegenen Fenstern nicht abstürzt. Zusätzlich sorgt die fortschrittliche deutsche Vakuum-Motortechnologie für eine starke Haftung an vertikalen Oberflächen, sodass der Roboter selbst bei schwierigen Bedingungen sicher arbeitet. Der Alphabot X7 ist mit intelligenter KI-Technologie ausgestattet, mit der er die effizienteste Reinigungsroute planen kann. Er erkennt Fensterrahmen und Hindernisse und berechnet den optimalen Reinigungsweg, um eine maximale Effizienz zu gewährleisten. Die leistungsstarke Saugkraft von 3000 PA ermöglicht es dem Roboter, sich sicher an glatten Oberflächen zu halten und dabei eine gründliche Reinigung durchzuführen. Darüber hinaus verfügt der Alphabot X7 über drei automatische Reinigungsmodi. Zuerst links, dann unten, oben, dann unten und rechts, dann unten. Diese Modi bieten Flexibilität, um verschiedene Reinigungsanforderungen zu erfüllen. Eine weitere bemerkenswerte Funktion des Alphabot X7 ist das automatische Zweiwegesprühen, das Schmutz effektiv aufweicht und die Reinigung erleichtert. Der doppelte Wassertank des Roboters fasst insgesamt 50 ml, wobei der automatische Sprühmechanismus den Wasserverbrauch optimiert und sicherstellt, dass die Reinigungsfläche gleichmäßig befeuchtet wird. Dadurch ist der Alphabot X7 in der Lage, eine Fläche von bis zu 25 Quadratmetern zu reinigen, ohne dass nachgefüllt werden muss. Die Reinigungsleistung des Alphabot X7 ist beeindruckend. Er ist in der Lage, hartnäckigen Schmutz wie Staub, Ölflecken, Regenflecken und sogar Schimmel zu entfernen. Das Gerät arbeitet auf verschiedenen glatten Oberflächen wie Fenstern, Spiegeln, Fliesen und Tischen effizient. Dank seiner Fähigkeit, sowohl Innen- als auch Außenfenster zu reinigen, eignet sich der Alphabot X7 besonders gut für große Fensterflächen und schwer zugängliche Bereiche. Es ist wichtig zu beachten, dass der Alphabot X7 nicht auf gewölbten oder schrägen Oberflächen eingesetzt werden sollte. Für flache, vertikale Oberflächen jedoch erweist sich der Roboter als äußerst zuverlässig. Benutzer berichten, dass das Gerät besonders bei großen, gerahmten Fenstern eine ausgezeichnete Arbeit leistet, da die Rahmendetektoren den Roboter davon abhalten, über die Kante hinauszufahren und somit Abstürze verhindert werden. Der Alphabot X7 kann sowohl automatisch als auch manuell über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Dies ermöglicht eine einfache und bequeme Bedienung, selbst für diejenigen, die mit Technologie nicht so vertraut sind. Die Einrichtung des Geräts ist unkompliziert und der Roboter ist sofort einsatzbereit. Die Geräuschentwicklung des Alphabot X7 liegt bei weniger als 65 Dezibel, was ihn vergleichsweise leise macht und somit nicht störend während des Betriebs ist. Durch die integrierte Batterie-Backup-Funktion bleibt der Roboter bei einem Stromausfall bis zu 30 Minuten lang an der Scheibe haften, was zusätzliche Sicherheit bietet. Wie jedes technische Gerät hat auch der Alphabot X7 seine Stärken und Schwächen. Zu den größten Vorteilen zählen die hervorragende Reinigungsleistung, die vielseitige Anwendbarkeit auf verschiedenen Oberflächen und die robuste Saugkraft, die den Roboter sicher an Ort und Stelle hält. Besonders positiv ist auch das automatische Zweiwegesprühen, das für eine gleichmäßige und gründliche Reinigung sorgt. Zu den Nachteilen zählt, dass das Gerät während des Betriebs an eine Stromquelle angeschlossen bleiben muss, was die Bewegungsfreiheit einschränken kann. Darüber hinaus gibt es Berichte über gelegentliche Probleme bei der Reinigung stark verschmutzter Fenster, bei denen eine manuelle Vorreinigung erforderlich sein könnte. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen bietet der Alphabot X7 eine hervorragende Balance zwischen Preis und Leistung. Während andere Geräte oft zusätzliche Funktionen wie Smartphone-Integration oder erweiterte Sprühtechniken bieten, punktet der Alphabot X7 durch seine solide Grundausstattung und Zuverlässigkeit bei der alltäglichen Fensterreinigung. Nutzer schätzen besonders seine Effizienz und das einfache Handling, obwohl es bei stark verschmutzten Fenstern durchaus Herausforderungen geben kann. Der Alphabot X7 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Fensterreinigungsroboter, der sich besonders für die Reinigung von großen, glatten Oberflächen eignet. Er überzeugt durch eine starke Saugkraft, intelligente Navigation und einfache Bedienung. Trotz kleinerer Schwächen wie der Notwendigkeit einer dauerhaften Stromverbindung und gelegentlichen Problemen bei stark verschmutzten Fenstern, bietet der Alphabot X7 insgesamt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für alle, die eine effiziente und bequeme Lösung für die Fensterreinigung suchen, ist der Alphabot X7 eine sehr gute Wahl. Bei Amazon erreicht der Alphabot X7 Fensterreinigungsroboter eine Kundenzufriedenheit von 4,1 von 5 möglichen Sternen bei derzeit 130 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 240 Euro. Platz Nummer 3 erreicht der Tosima W3. Eines der größten Verkaufsargumente des Tosima W3 Fensterreinigungsroboters ist seine Benutzerfreundlichkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden des Fensterputzens, bei denen du dich abmühen musst, um auch die höchsten Ecken zu erreichen, bietet der Tosima W3 eine bequeme und vor allem einfache Lösung. Die Inbetriebnahme des Geräts ist ein Kinderspiel. Alles, was du tun musst, ist den Roboter mit der Sicherheitsleitung und dem Ladekabel zu verbinden und schon ist er einsatzbereit. Mit einem einfachen Knopfdruck startet der Tosima W3 und beginnt sofort mit der Arbeit. Besonders erwähnenswert ist der integrierte 80ml Wassertank, der während des gesamten Reinigungsprozesses alle 5 Sekunden Wasser sprüht. Dadurch kann der Roboter eine große Fläche von 70 bis 80 Quadratmetern in einem Zyklus reinigen, was bedeutet, dass selbst große Fensterflächen ohne Unterbrechungen gereinigt werden können. Du hast auch die Möglichkeit, den Wassertank mit normalem Wasser oder einem speziellen Fensterreiniger zu befüllen, je nachdem, was für dich am besten funktioniert. Ein wesentliches Merkmal des Tosima W3 ist sein umfassendes Sicherheitssystem. Wenn es um Roboter geht, die in schwindelerregenden Höhen arbeiten, ist Sicherheit von größter Bedeutung. Hier punktet der Tosima W3 mit gleich mehreren Sicherheitsmechanismen, die dafür sorgen, dass der Roboter nicht abstürzt und deine Fenster sorglos gereinigt werden können. Der Roboter arbeitet mit einem Netzkabel und einem Sicherheitsseil, das ihn selbst bei einem versehentlichen Fall davor schützt, zu Boden zu stürzen. Das Sicherheitsseil ist 5 Meter lang und in Bergsteigerqualität gefertigt, was bedeutet, dass es einer enormen Kraft von bis zu 165 Kilogramm standhalten kann. Eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet das integrierte USV-System. Dieses System stellt sicher, dass der Roboter auch bei einem Stromausfall für 20 bis 30 Minuten sicher am Fenster haften bleibt und nicht abstürzt. In dieser Zeit überwacht der Roboter aktiv seine Position und gibt bei Bedarf einen Alarm aus, damit du eingreifen kannst. Diese Sicherheitsvorkehrungen machen den Tosima W3 zu einem vertrauenswürdigen Helfer, selbst wenn du hohe und schwer erreichbare Fenster reinigen möchtest. Die Kombination aus robustem Sicherheitsseil und USV-System bietet dir die Gewissheit, dass der Roboter auch unter widrigen Umständen sicher arbeitet. Eine der beeindruckendsten Funktionen des Tosima W3 ist seine intelligente Navigationstechnologie. Ausgestattet mit einem KI-gestützten Navigationssystem plant der Roboter den optimalen Reinigungsweg in Echtzeit und sorgt so dafür, dass jede Ecke deiner Fenster erreicht wird. Der Tosima W3 bewegt sich dabei in einem S-förmigen Muster, was für eine maximale Reinigungseffizienz sorgt. Der Roboter ist mit vier verschiedenen Reinigungsmodi ausgestattet, die sich an deine individuellen Bedürfnisse anpassen lassen. Du kannst den Tosima W3 beispielsweise so einstellen, dass er in einer bestimmten Richtung wie oben, unten, links oder rechts reinigt. Diese Flexibilität ist besonders nützlich, wenn es darum geht, hartnäckige Verschmutzungen gezielt zu beseitigen. Ein weiteres Highlight ist die automatische Rückkehr zum Ausgangspunkt nach der Reinigung. Das bedeutet, dass der Roboter nach getaner Arbeit wieder an die Stelle zurückkehrt, an der er gestartet ist. Das macht die Bedienung nicht nur einfacher, sondern auch komfortabler, da du den Roboter nicht selbstständig irgendwo von der Fensterscheibe nehmen musst. Durch die AI-Kantenerkennung erkennt der Roboter die Glasoberfläche in Echtzeit und stoppt automatisch, wenn er an eine Kante kommt. Das ist besonders bei rahmenlosen Glasflächen von Vorteil, da der Roboter dadurch nicht versehentlich von der Kante abrutschen kann. Die Reinigungsräder sind mit hochdichten, weichen Fasertüchern ausgestattet, die speziell dafür entwickelt wurden, Glasoberflächen nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen. Du erhältst insgesamt zwölf Tücher mit dem Gerät, die maschinenwaschbar und wiederverwendbar sind. Das macht den Tosima W3 nicht nur effizient, sondern auch umweltfreundlich. Der Tosima W3 ist nicht nur auf Fenster beschränkt. Dank seiner intelligenten 3800 pH Absaugung und der flexiblen Einsatzmöglichkeiten kann er auf einer Vielzahl von Oberflächen eingesetzt werden. Dazu gehören nicht nur Glas-, sondern auch Keramikfliesen, Holztüren und alle anderen glatten Oberflächen. Die Saugkraft des Roboters passt sich automatisch dem Verschmutzungsgrad an, was bedeutet, dass stark verschmutzte Stellen intensiver gereinigt werden. Die Steuerung des Tosima W3 ist denkbar einfach und kann auf zwei Arten erfolgen. Entweder direkt am Gerät oder über die mitgelieferte Fernbedienung. Die Fernbedienung nutzt eine 2,4G-Frequenz, die eine Reichweite von bis zu 30 Metern ermöglicht. Das bedeutet, dass du den Roboter auch dann bequem steuern kannst, wenn er sich auf der Außenseite eines Fensters weiter entfernt von dir befindet. Die Fernbedienung bietet dir volle Kontrolle über den Reinigungsprozess. Du kannst den Roboter starten und stoppen, die Reinigungsrichtung ändern und sogar die Sprühfunktion ein- oder ausschalten. Der Tosima W3 kommt mit einer praktischen Aufbewahrungstasche, die aus hochwertigem EVA-Material gefertigt ist. Diese Tasche ist nicht nur langlebig und stoßfest, sondern auch wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig, was den Roboter beim Transport schützt. Eine integrierte Netztasche bietet zudem Platz für Datenkabel und andere kleine Zubehörteile. Die durchdachte Aufbewahrungslösung zeigt, dass bei diesem Gerät wirklich an alles gedacht wurde. Der Tosima W3 Fensterreinigungsroboter ist ein beeindruckendes Gerät, das sich als unverzichtbarer Helfer für den Haushalt erweisen könnte. Mit seinen zahlreichen Funktionen, die von einem intelligenten Navigationssystem über ein automatisches Zwei-Wege-Sprühsystem bis hin zu einem umfassenden Sicherheitssystem reichen, bietet er alles, was du von einem modernen Reinigungsroboter erwartest. Besonders die einfache Bedienung und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten machen den Tosima W3 zu einer lohnenden Investition für jeden, der sich das Leben leichter machen möchte. Ob du große Fensterflächen, Fliesen oder andere glatte Oberflächen reinigen möchtest, der Tosima W3 liefert beeindruckende Ergebnisse, ohne dass du dich anstrengen musst. Die intelligenten Sicherheitsfunktionen geben dir die nötige Sicherheit, auch in Höhen zu arbeiten, während die einfache Handhabung und die effiziente Reinigung dafür sorgen, dass deine Fenster in kürzester Zeit wieder glänzen. Mit dem Tosima W3 Fensterreinigungsroboter investierst du in ein hochwertiges und zuverlässiges Gerät, das dir über viele Jahre hinweg treue Dienste leisten wird. Wenn du also nach einer Möglichkeit suchst, das Fensterputzen zu vereinfachen, ist der Tosima W3 definitiv eine Überlegung wert. Bei Amazon erreicht der Tosima W3 Fensterreinigungsroboter eine Kundenzufriedenheit von 4,1 von 5 möglichen Sternen bei derzeit knapp 1000 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 260 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit 35 Euro. Du möchtest noch mehr sparen? Dann löse den ebenfalls zeitlich begrenzten Aktionscode ein, um zusätzlich 5% zu sparen. Platz Nummer 2 verdient sich der HUT C65 Der erste Eindruck zählt. Das gilt auch für den HUT C65 Fensterputzroboter. Das Design ist schlicht und funktional gehalten. Mit Abmessungen von 29,5 x 14,5 x 8 cm und einem Gewicht von etwas über 3 kg ist der Roboter kompakt und leicht genug, um mühelos an Fenster und glatte Oberflächen angebracht zu werden. Die Form des Geräts ist eher rechtdeckig, was ihm eine stabile Auflagefläche bietet. Auffällig ist die große, kreisförmige Taste auf der Oberseite, die das Gerät auch für technisch weniger versierte Nutzer einfach zu bedienen macht. Die hochwertige Verarbeitung des Geräts fällt sofort ins Auge, insbesondere die robusten Materialien und die präzise Verarbeitung, die auf eine lange Lebensdauer schließen lassen. Tauchen wir nun in die technischen Details des HUT C65 ein. Dieser Fensterputzroboter ist mit einer Reihe beeindruckender Features ausgestattet, die ihn zu einem wahren Alleskönner machen. Besonders hervorzuheben ist die starke Saugkraft von bis zu 3800 Paar, die dafür sorgt, dass der Roboter jederzeit fest und sicher auf der Oberfläche haftet. Diese selbstregulierende Ansaugleistung passt sich automatisch der Beschaffenheit des Fensters an, was die Sicherheit und Effizienz des Reinigungsprozesses erhöht. Ein weiteres Highlight ist der integrierte Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 80 Millilitern. Dieser kann mit einer verdünnten Reinigungslösung oder einem Fensterreiniger befüllt werden, um die Reinigungsleistung zu verbessern. Der Roboter sprüht während der Reinigung kontinuierlich feinen Wassernebel auf die Oberfläche, was besonders bei hartnäckigen Verschmutzungen hilfreich ist. Durch die unabhängigen Nanodüsen wird der Wassernebel gleichmäßig und in genau dosierten Mengen aufgetragen. Der HUT C65 verfügt außerdem über Infrarotsensoren zur Erkennung von Kanten, Ecken und Hindernissen. Diese Sensoren stellen sicher, dass der Roboter seine Reinigungsroute intelligent planen kann, ohne dass es zu Kollisionen oder Abstürzen kommt. Selbst bei einem plötzlichen Stromausfall bleibt der Roboter dank der integrierten Notstromversorgung für etwa 20 bis 30 Minuten am Glas haften, was ihm zusätzliche Sicherheit verleiht. Ein entscheidender Faktor bei der Bewertung eines Fensterputzroboters ist seine Bedienbarkeit. Der HUT C65 punktet hier mit einer bemerkenswert einfachen Handhabung. Das Gerät wird mit einer Fernbedienung geliefert, über die sämtliche Funktionen gesteuert werden können. Dies umfasst sowohl das Starten und Stoppen des Geräts als auch die Wahl zwischen verschiedenen Reinigungsmodi, wie zum Beispiel mit oder ohne Sprühsystem. Das Anschließen und Starten des HUT C65 ist denkbar einfach. Nachdem der Roboter am Fenster angebracht und die Stromversorgung angeschlossen wurde, genügt ein Druck auf die große Taste und der Roboter beginnt automatisch mit der Reinigung. Dank der intelligenten Planung der Reinigungsroute wird jeder Bereich des Fensters effizient gereinigt, ohne dass du eingreifen musst. Die mitgelieferten Reinigungstücher aus ultrafeinem Chiffon und Mikro-Nano-Fasern tragen ebenfalls zur einfachen Handhabung bei. Diese Tücher sind nicht nur Waschmaschinen geeignet, sondern auch besonders langlebig und können mehrfach verwendet werden. Es werden insgesamt 10 Tücher mitgeliefert, sodass du immer genügend Ersatz zur Hand hast. Die wohl wichtigste Frage, die sich bei einem Fensterputzroboter stellt, ist die nach der Reinigungsleistung. Der HUT C65 verspricht dank seiner starken Saugkraft und dem kontinuierlichen Sprühsystem eine gründliche Reinigung. Doch wie schlägt er sich in der Praxis? In verschiedenen Tests und Erfahrungsberichten hat sich gezeigt, dass der HUT C65 tatsächlich sehr gute Ergebnisse liefert. Durch die Kombination aus der präzisen Dosierung des Wassernebels und den leistungsstarken Reinigungstüchern werden selbst hartnäckige Flecken zuverlässig entfernt. Besonders auf großen Fenstern, bei denen das manuelle Putzen zeitaufwendig und mühsam wäre, zeigt der Roboter seine Stärken. Ein weiterer Pluspunkt ist die gleichmäßige Reinigung. Dank der intelligenten Routenplanung werden keine Stellen ausgelassen und das Fenster wird vollständig gereinigt. Selbst an den Kanten und in den Ecken arbeitet der Roboter präzise, ohne dass es zu Verschmutzungen oder Streifenbildung kommt. Sicherheit ist bei der Verwendung eines Fensterputzroboters von großer Bedeutung, insbesondere wenn dieser an hohen Fenstern eingesetzt wird. Der HUT C65 ist mit mehreren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die dafür sorgen, dass er auch in schwierigen Situationen zuverlässig arbeitet. Ein entscheidendes Sicherheitsmerkmal ist das mitgelieferte 6 Meter lange Sicherheitsseil. Dieses verhindert, dass der Roboter im Falle eines Ausfalls abstürzt. Darüber hinaus sorgt die integrierte unterbrechungsfreie Stromversorgung dafür, dass der Roboter bei einem Stromausfall weiterhin sicher am Glas haften bleibt. Dies gibt dir die nötige Zeit, das Gerät zu sichern und eine mögliche Gefahrensituation zu entschärfen. Die Infrarotsensoren, die zur Erkennung von Hindernissen und Kanten dienen, erhöhen ebenfalls die Sicherheit. Sie sorgen dafür, dass der Roboter seine Route präzise plant und keine gefährlichen Manöver durchführt. Dadurch minimiert sich das Risiko eines Absturzes oder einer Beschädigung des Geräts. Kommen wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis des HUT C65. Mit einem Preis, der im mittleren bis oberen Segment für Fensterputzroboter liegt, erwartet man natürlich eine entsprechende Leistung. Und hier enttäuscht der HUT C65 nicht. Die Vielzahl an Funktionen, die starke Reinigungsleistung und die Sicherheitsfunktion machen ihn zu einer lohnenden Investition, insbesondere für Menschen mit großen oder schwer zugänglichen Fenstern. Im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt sticht der HUT C65 vor allem durch seine Sprühfunktion und die hohe Saugleistung hervor. Während andere Roboter oft nur über einfache Wischsysteme verfügen, bietet der HUT C65 eine gründlichere Reinigung dank des integrierten Sprühsystems. Auch die intelligenten Sensoren und die einfache Bedienung über die Fernbedienung setzen ihn von vielen Konkurrenzprodukten ab. Nach einer detaillierten Betrachtung aller Funktionen und Eigenschaften des HUT C65 Fensterputzroboters kann man zu einem klaren Fazit kommen. Dieser Roboter ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Fensterreinigung suchen. Er überzeugt durch seine starke Reinigungsleistung, einfache Bedienung und hohe Sicherheitsstandards. Besonders hervorzuheben ist die innovative Sprühfunktion, die in Kombination mit den hochwertigen Reinigungstüchern für eine gründliche und streifenfreie Reinigung sorgt. Ob für große Fensterflächen oder schwer zugängliche Bereiche, der HUT C65 nimmt dir die mühsame Arbeit ab und liefert dabei konstant gute Ergebnisse. Insgesamt bietet der HUT C65 ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und stellt eine sinnvolle Investition für alle dar, die Wert auf Sauberkeit und Komfort legen. Wenn du also auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Fensterputzroboter bist, solltest du den HUT C65 definitiv in Betracht ziehen. Bei Amazon erreicht der HUT C65 Fensterputzroboter eine Kundenzufriedenheit von 4,3 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 2.700 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 300 Euro und mit dem zeitlich begrenzten Coupon über unseren Link sparst du derzeit 5%. Den ersten Platz in unserer Liste der 5 besten Fensterputzroboter erreicht der Ecovacs WinBot W2 Omni. Der Ecovacs WinBot W2 Omni ist nicht nur ein Fensterputzroboter, sondern ein komplettes Reinigungssystem, das mit einer 6 in 1 Multifunktionsstation ausgestattet ist. Diese Station fungiert als Ladestation, Steuergerät und sogar als Stabilisator während des Reinigungsprozesses. Das kompakte und dennoch robuste Design des WinBot W2 ermöglicht eine einfache Handhabung und Transportfähigkeit, wobei die Station mit einer Kabelaufwicklungsfunktion ausgestattet ist, die Kabelsalat vermeidet, ähnlich wie bei einem klassischen Staubsauger. Mit seinen Abmessungen von 27,1 x 27,1 x 7,7 cm und einem Gewicht von nur 1,6 kg ist der WinBot W2 Omni relativ leicht und dennoch stabil. Die Multifunktionsstation selbst wiegt 5,2 kg. Trotz dieses Gewichts lässt sich die Station dank eines gummierten, klappbaren Griffes leicht von einem Fenster zum nächsten transportieren. Der WinBot W2 Omni ist mit der WinSlam 4.0 Technologie ausgestattet, die eine intelligente Pfadplanung ermöglicht. Dies bedeutet, dass der Roboter in der Lage ist, seinen Reinigungsweg effizient zu planen und anzupassen, abhängig von der Form und Größe des Fensters. Unterstützt wird dies durch die Sensor-Smart-Detektionsrahmen, die den Roboter dabei unterstützen, Kanten präzise zu erkennen und Hindernisse sicher zu umfahren. Eine der herausragendsten Funktionen des WinBot W2 Omni ist die Weitwinkel-Sprühzerstäubungstechnologie mit drei Düsen. Diese sorgen für eine gleichmäßige Befeuchtung der Fensterfläche, was in Kombination mit der intelligenten Positionsspeicherung eine gleichbleibende Reinigungsleistung gewährleistet. Die Wasserdruckleistung wurde im Vergleich zu früheren Modellen um 100% erhöht, während die Reinigungszeit um 90% reduziert wurde. Sicherheit steht bei Ecovacs an erster Stelle. Der WinBot W2 Omni ist mit einem zwölfstufigen Schutzsystem ausgestattet, das sowohl Hardware- als auch auch Software-basierte Sicherheitsmaßnahmen umfasst. Zu den Hardware-Sicherungen zählen eine automatische Luftdruckkompensation, eine optimierte Saugleistung von 5500 Paar und eine schwimmende Reinigungstuchplatte, die den Roboter stabil und sicher am Fenster hält, selbst bei Stromausfall. Der WinBot W2 Omni verfügt über einen brandneuen Kantenreinigungsmodus, der es ihm ermöglicht, auch die schwierigsten Ecken und Kanten mit hoher Präzision zu reinigen. Dank der hochentwickelten Sensoren kann der Roboter Kanten innerhalb von 0,02 Sekunden erkennen und seinen Reinigungsweg entsprechend anpassen. Diese Funktion ist besonders nützlich bei rahmenlosen Fenstern, die oft eine Herausforderung für herkömmliche Reinigungsmethoden darstellen. Die Reinigungsleistung des WinBot W2 Omni ist beeindruckend. Laut Tests und Nutzerbewertungen reinigt der Roboter Fenster gründlich und hinterlässt nur selten Rückstände oder Flecken. Dies liegt vor allem an der starken Saugleistung und der präzisen Sprühtechnologie, die Schmutz effektiv löst und entfernt. Selbst stark verschmutzte Fenster werden in kurzer Zeit wieder strahlend sauber. In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit punktet der WinBot W2 Omni mit einer einfachen Handhabung. Der Roboter kann sowohl über die Ecovacs App als auch manuell gesteuert werden. Die App ermöglicht es, den Reinigungsmodus und die Sprühmenge anzupassen, während die manuelle Steuerung direkt über die Station erfolgt. Ein weiteres Highlight ist der Sprachassistent, der den Nutzer durch den Reinigungsprozess führt und anzeigt, wann der Roboter sicher entfernt werden kann. Mit einer Akkulaufzeit von etwa 110 Minuten kann der WinBot W2 Omni eine Fläche von bis zu 55 Quadratmetern reinigen, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Dies ist ausreichend für die meisten Fenster in einem durchschnittlichen Haushalt. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert etwa drei Stunden, was im Vergleich zu anderen Geräten in dieser Kategorie akzeptabel ist. Überlegene Reinigungsleistung Der WinBot W2 Omni reinigt Fenster gründlich und schnell dank seiner fortschrittlichen Technologie und leistungsstarken Sprühfunktion. Benutzerfreundlichkeit Die Steuerung über die App und die Multifunktionsstation ist intuitiv und einfach zu erlernen. Sicherheitsfeatures Mit einem umfassenden Schutzsystem ausgestattet, bietet der WinBot W2 Omni ein hohes Maß an Sicherheit während des Betriebs. Vielseitigkeit Der Roboter kann auf verschiedenen Fenstertypen eingesetzt werden, einschließlich rahmenloser und geneigter Fenster. Lautstärke Der WinBot W2 Omni kann während des Betriebs recht laut sein, was bei längerem Einsatz störend sein könnte. Eingeschränkte Hinderniserkennung Obwohl die Sensoren gut funktionieren, gibt es immer noch gelegentliche Probleme bei der Hinderniserkennung, insbesondere bei kleineren Hindernissen. Ladestation Die Multifunktionsstation ist relativ groß und könnte in kleineren Wohnungen als störend empfunden werden. Der Ecovacs WinBot W2 Omni ist ein erstklassiger Fensterputzroboter, der sowohl in Bezug auf Technologie als auch auf Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Mit seiner starken Reinigungsleistung, innovativen Funktionen und robusten Sicherheitsmechanismen ist er ideal für Haushalte, die eine zuverlässige und einfache Lösung für die Fensterreinigung suchen. Trotz kleinerer Schwächen, wie der Lautstärke und der Größe der Ladestation, bietet der WinBot W2 Omni ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis und kann den Alltag erheblich erleichtern. Wenn du nach einem Fensterputzroboter suchst, der deine Fenster mühelos sauber hält und gleichzeitig sicher und einfach zu bedienen ist, dann ist der WinBot W2 Omni definitiv eine Überlegung wert. Er bringt die Technologie des automatisierten Fensterputzens auf ein neues Level und ist eine lohnenswerte Investition für jedes moderne Zuhause. Bei Amazon erreicht der Ecovacs WinBot W2 Omni eine Kundenzufriedenheit von 4,1 von 5 möglichen Sternen bei derzeit über 500 abgegebenen Bewertungen. Der Preis liegt zurzeit bei 520 Euro. Das war's mit unserem heutigen Video über die 5 besten Fensterputzroboter. Noch einmal zur Erinnerung, du findest alle Links zum Kaufen oder aber, um dich weiter über die vorgestellten Fensterputzroboter zu informieren, in der Videobeschreibung und auch in den Kommentaren. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast und wir hoffen, dass der richtige Fensterputzroboter für dich dabei war. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like sehr freuen. Abonniere doch auch unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Solltest du Fragen zu einem der vorgestellten Fensterputzroboter haben, schreib es uns in die Kommentare und wir werden versuchen, dir so gut wie möglich zu helfen. Wir hoffen, dass du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und wünschen dir noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust.